O.M.G. Leute, ihr wisst nicht... Ah! Digga, wisst ihr, was heute passiert ist? Ich war heute so am Strand, weil wir sind in Urlaub, und ich war auf jeden Fall so am Strand. Und ich hab so eine richtig krasse Burg aus Sand gebaut. So richtig krass. Hat sich's für mich angefühlt. Egal. Auf jeden Fall. Als ich fertig mit der Burg, beziehungsweise Schloss war, keine Ahnung, ist so ein Kind, so ein random Kind, auf mich zugegangen. Er ist vor mir gestanden. Es hat mich angeschaut, ich hab Ess angeschaut, und weißt du, was es gemacht hat? Es ist literally einfach draufgesprungen. Innerlich, ich hab angefangen zu heulen. Also innerlich natürlich, nicht innerlich. Auf jeden Fall, ich hab innerlich angefangen zu heulen. Ich hab so geschrien innerlich. Und äußerlich so... Ah! Okay, danke. Und bin einfach weggegangen, weil ich halte das nicht aus, wenn mir irgendjemand was antut. Okay, bye. Das Video wird schon zu weird. Bye, Leute.